DIVUS Willkommen! In diesem Video sprechen wir über die Benutzerverwaltung in DIVUS Optima. Anfangs haben alle Benutzer Zugriff auf alle Elemente in DIVUS Optima. Durch die rechte Verwaltung kann dies Schritt für Schritt geändert werden. Die rechte Struktur ist mit Benutzergruppen aufgebaut, denen man einerseits Benutzer und andererseits Objekte zuweisen kann. Von diesen Objekten werden die Benutzergruppen exklusive Besitzer. Das heißt, alle anderen Benutzer können darauf nicht mehr zugreifen. Der Admin-Benutzer ist von diesen Zuteilungen nicht betroffen. Er hat immer Zugriff auf alle Elemente. Wie erstelle ich also zum Beispiel zwei unterschiedliche Benutzer, die unterschiedliche Räume sehen können und dahin auch navigieren dürfen. Sie brauchen dazu zwei Benutzergruppen. Diesen wird jeweils ein Benutzer zugewiesen. Untertitelung des Zweisein Untertitelung des ZDF, 2020 Derzeit sind den Benutzergruppen und Benutzern keine Funktionen oder Objekte zugeordnet. Also hat sich in den Zugriffsrechten noch nichts geändert. Mal sehen, was passiert, wenn wir unseren Benutzergruppen Räume zuweisen. Wir klonen unser Erdgeschoss und nennen es Obergeschoss und klonen es erneut und nennen es Untergeschoss. Wir weisen Icons zu, um die Änderungen in unserer Visualisierung besser unterscheiden zu können. Benutzergruppe A soll Zugang zum Obergeschoss haben, während Benutzergruppe B Zugang zum Erdgeschoss haben soll. Auf das Kellergeschoss sollen beide Benutzer zugreifen können. Ich ordne nun der Benutzergruppe A das Obergeschoss zu. Ich mache dasselbe für die Benutzergruppe B und dem Erdgeschoss. Das Kellergeschoss bleibt für beide Benutzergruppen zugänglich. In der Visualisierung kann der jeweilige Benutzer jetzt nur noch die ihm zugeordneten Räume sehen. Wenn wir uns nun mit dem Benutzer der Gruppe A anmelden, können wir feststellen, dass wir effektiv nur die Objekte sehen oder steuern können, können wir feststellen, dass wir effektiv nur die Objekte sehen oder steuern können, die entweder unserer Gruppe zugewiesen wurden. Wir haben keinen Zugriff auf Objekte, die der Gruppe B zugeordnet wurden. Wir haben keinen Zugriff auf Objekte, die der Gruppe B zugeordnet wurden. Und umgekehrt gilt das genauso. Wenn ich Objekte aus meinem exklusiven Raum den Favoriten hinzufüge, mache ich sie auch für Benutzer zugänglich. Für dieses Problem gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Erstens. Sie ordnen die einzelnen Objekte den Benutzergruppen zu. Dadurch bleiben sie auch in den Favoriten nur für die Besitzergruppe sichtbar. Zweitens. Sie blenden die Favoritenseite aus dem Navigationsmenü aus. Mit ein klein wenig mehr Aufwand ist es auch möglich, komplexere Zugriffshierarchien zu erstellen. Zum Beispiel kann eine Elterngruppe auf ihre exklusiven Objekte sowie auf die der Kinder zugreifen, während die Kindergruppe nur auf die ihnen zugewiesenen Objekte Zugriff hat. Das erreiche ich, indem ich dem Benutzer Elternteil die Elterngruppe als auch die Kindergruppe zuordne, während der Benutzer Kind nur der Kindergruppe angehört. Praktisch ist es möglich, nicht nur eine horizontale, sondern auch eine vertikale Hierarchie von Zugriffsrechten zu erstellen, sodass ich der Komplexität eines Systems immer gerecht werde. Viel Spaß! DIVOS